Buonasera ragazzi! Ich muss euch noch was sagen, ich muss euch erzählen eine wunderbare Geschichte. Ist es so, konnte domani besuchen. Aber nix. Jedermann sagte man, glaube ich, in Tedesco, kommt der Besuch aus einem Land, in die Berge, kleine Lande, mit der Sprache, ganz, ganz Difficulte. Da musst du vorsichtig, da musst du genau hören. Die Spreche in die Lande, Spreche, die Italiano, ich bin natürlich glücklich, es spricht Italiano, Französisch, ok, kenne ich anders, aber das will ich jetzt nicht erklären. Spreche, no, 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 no. Spreche Deutsch, Tedesco, und dann, what else? Ist es nicht so einfach, Sprache, Schweizerdeutsche. Ist es so wie Ricola, mit als Genschlimm. Und domani, domani kommt, da kommt Ricola persönlich zur Visite zu de Giulio, hier in Tedesco. Und wir wollen machen, wunderbare Mangiare, er möchte Maultäschle, Maultäschle. Und da fahren wir sofort, Michaelis Berge, und da kaufen wir Maultäschle, und der Rest, domani. Grazie, see you, domani.